Und bitte verlass den Platz auf Sicherheit zurück, bitte verlass den Platz und geht wieder auf die Räcke. Nochmal eine wichtige Räcke, an die Fenster zurück, bitte verlass den Platz und geht wieder auf die Räcke. Nochmal eine wichtige Räcke, an die Fenster zurück, bitte verlass den Platz und geht wieder auf die Räcke. Und bitte verlass den Platz und geht wieder auf die Räcke. Und bitte verlass den Platz und geht wieder auf die Räcke. Mehr Fußball, mehr Steuung kann man gar nicht bekommen an einem Abend. 120 Minuten plus Elfmeter schießen. Eine spannende Partie, die am Rufat 6.9.5 zu 4 für sich bezahlt. Es gab heute ein Platz, die am Rufat 6.9.5 gegen Elfmeter. Und hier schauen wir uns jetzt die Räcke, die sind die Frau und der Gittelspizza. Als erstes reichert das Ergebnis von Arminia Bielefeld gegen Bayern-Würfel Leverkusen. Nach Arminia Bielefeld verliert, geben die Räcke zu 2 zu 3. Sozuna Düsseldorf, eine Runde weiter, gewinnt die Räcke zu Räcke zu Räcke zu Räcke. Dann für Frankfurt-Holzburg, es macht die Finale, gewinnt die Räcke zu Räcke zu Räcke zu Räcke. Und Bayern München gewinnt, nicht einmal ums Ziel zu Wolken lassen, sein Kaiserslautern. 16. Minute, wir machen 2.0 Elfmeter schießen. Leif Schwindel, Manuel Schmiedebach, Konstantin Rausch und Jan Schlauers. Uns 3 mal sensationell gehalten haben, er macht Elfmeter schießen. Rütter Nummer 1, Ron Robert Zierer, das waren die höheren Punkte. Das waren 1,20 Minuten plus Elfmeter schießen. Und die Schäuern haben sie jetzt noch frei. Saison! Rätsel! Untertitelung des ZDF, 2020